Hi, grüße dich. Heinz-Peter hier. Ja, ich bin Affiliate-Markter schon seit 2018 und immer auf der Suche um etwas Neues. Da habe ich etwas Geiles entdeckt für dich. Das könnte auch dich interessieren. Der Heik-Frequenz-Kongress, der findet im November statt. Schau mal, was auf die Seite, was da alles auf dich zukommen wird und wie du dir das kostenlos sichern kannst, diesen Kongress. Ja, du siehst hier, der Klaus-Stefan Dufner hat das entwickelt und hat da 30 Spieker, 30 Hoffl-Kongress und neue Zeit eingeladen. Die sprechen für dich. Also hier wird sich eines anderes für dich rausziehen können. Schau dir das unbedingt an. Genau. Erhöhe deine Frequenz und mag es, es kommt auf dein Leben zu. Also hier kann man sich kostenlos anmelden, aber schau mal rein, was das noch alles, alles gibt. Nur wenn du neue Wege gehst, kannst du auch deine Ergebnisse erzielen. Hier ein kleines Video, das kannst du schon vorher auch ansehen, melde dich gleich an. Und hier stellt sich der Klaus-Stefan Dufner vor, dein Gastgeber, Digital Business Mentor. Genau. Hier kannst du ein bisschen noch einsehen, was kannst du bei diesem Kongress erwarten. Genau. Heik-Frequenz, live, Herz und Business, Kommen, Fühlen, die neue Erde, Inspiration. Genau. Genau. Hier sind die Sprecher, sind auch sehr bekannte da irgendwo dabei, wo man von kennt. Zum Beispiel den Klaus-Stefan Dufner. Genau. Den kenne ich den Andreas Goldmann. Den Anja Nuggen ist auch eine gute Arme Kittel. Den kenne ich auch sehr gut. Natürlich den Gunnar Kessler. Genau. Viele, viele, viele andere. Hier kannst du ein bisschen sehen, wie er da alles dabei ist. Joshua Hansberger. Genau. Eine bekannte Größen, wo jeglich deinen Erfolg mit dir teilen wollen. Genau. Dann hier, oberhalb, gehen wir mal zurück noch einmal. Das sind da noch ein paar Feedbacks von Klaus-Stefan Dufner. Die sind hier drin integriert. Genau. Und kannst du alles ein bisschen genau durchlesen. Und anmelden kannst du natürlich hier. Ich werde dir das live zeigen, wie man sich anmeldet. Ich melde mich natürlich auch für diesen Kongress selber dann, oder? Gehe da natürlich meinen Vornamen rein. Richtig geschrieben. Kostenfrei anmelden. Schau mal, was hier passiert. Genau. Ein Klick fehlt noch. Wichtig, du erhältst in den nächsten drei Minuten eine Bestätigungs-E-Mail mit dem Link zum Anklicken. Wenn du diese E-Mail nicht bekommst, hast du sie auch nicht im Spam-Web-Warner gelandet ist, dann melde dich bitte nochmal mit deiner anderen E-Mail-Adresse zum Kongress an. Hier kann man sich nochmal anmelden, aber schau mal rein ins E-Mail-Programm. Vielleicht ist es schon da. Ja, siehe da, ist schon hier. Dann öffne ich diese ganze E-Mail. Genau, hier lese ich das durch. Heinz, vielen lieben Dank, dass du dich im E-Mail-Krequenz-Konkurs angemeldet hast. Bitte klick noch auf den folgenden Link. Hier musst du den Link dann doch bestätigen, damit erteilst du mir schnell mit einfachem Erlaubnis, dir per E-Mail-Informationen zu schicken. Das ist rein DSVGO-Konform, also hat er richtig Füße unter sich, damit es nicht etwas passieren kann. Genau, hier werde ich dann mir meine E-Mail-Adresse bestätigen. Ja, hier kommst du auf diese Seite. Genau, hier kannst du dieses Kongress natürlich auch ein Upgrade machen. Das heißt, hier gibt es zwei Möglichkeiten. High-Frequency-Kongress-Paket und High-Frequency-Paket am Wendel. Hier hast du zwei Möglichkeiten, dir diese Videos gleich zu sichern, weil du wirst dann hier auch E-Mails erhalten. Ich kann dir das zeigen. Der erste E-Mail ist dann so. Hallo Heinz, schön, dass du bei High-Frequency-Paket dabei bist. Hier findest du drei hochwertige Leaders. Hier habe ich die Möglichkeit zu dieser Zeit, also noch eine Stunde, zu deinem 24-Stunden-Angebot. Ich habe mir das schon vorab gesichert. Das ist mein Testzweck, zum dir zeigen, wie du dir das sichern kannst. Also hier bekommst du täglich diese Videos freigeschaltet. Drei bis fünf, glaube ich, Stück. Ich kann dir zeigen, was das nächste E-Mail ist, wo da kommt. Dann hier, das brauchen wir nicht. Das wäre das, Kongress hier. Zum Beispiel, Hufre, gehen Sie schon, startet für dich. Hier ist das erste Video enthalten. Hier sieht man das. Hier sieht man das. Hier kann ich das von der Stephanie Bruns ansehen. Die ist nicht mehr für einen Tag freigeschaltet. Solltest du diese Videos dir sehren wollen, dann hast du die Möglichkeit, hier über diese Seite, hier das Paket zu holen. Hier ist genau beschrieben, was du bekommst. Das erste Paket kostet 34 Euro. Hier sieht man 30 Online-Videos. Sofort im Zugangsmitgliederbereich. Bis mindestens 31.12.2030. Wert von 97 Euro Interview. Alle Videos, MP3 zum Herunterladen. Gesamt 34. Und hier gibt es ein größeres Paket. Das Bundle enthalten alle Produkte. Das heißt, hier hast du 30 Interviews. Und dann schaust du mal runter. Das ist die Aufzeichnung der Live-Webinare. Das kostet einmal in 64 Euro. Also nicht allzu viel. Aber du kannst ja diese Videos täglich dir ansehen und immer wieder upgraden. Natürlich weiß ich nicht genau, wie länger du wartest, damit der Preis sich natürlich dann anpassen, dementsprechend. Weil ich habe schon die Möglichkeit, wirklich zu einem Spontpreis alles zu bekommen. Hier kannst du dich dann entscheiden, was du möchtest, die Videos täglich anzusehen. Genau. Oder wir die auch dann sichern, dass du jeder immer Zugriff drauf hast, um dir etwas nachsehen kannst. Genau. Also ich habe mir das 64-Euro-Paket geholt und schau mir das an. Das ist eine gute Investition in deine Zukunft, damit du auch Online-Geld verdienen kannst. Es gibt auch Ratenzahlermöglichkeiten, wie auch immer. Also ist hier nicht allzu bewegend. Ja, genau. Ich hoffe, dir hat das Video etwas gebracht. Ich freue mich, wenn du dir dieses Paket holen kannst oder dich einmal kostenlos anmeldest. Die Anmelde-Button habe ich dir unterhalb im Video in der Videobeschreibung hinterlegt, wo du auf dieses Kellenkongress zugreifen kannst. Auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns in einem anderen Video. Ich freue mich,